Ja, hallo ihr Landratten, herzlich willkommen zu diesem World of Warships Videos und heute die North Carolina vom Killerkircher eingesandt. Vielen lieben Dank an dich dafür und natürlich Matchmaking ideal ist hier. Top Tier 6er, 7er, 8er Gefecht und das mit einem Schlachtschiff in der Klasse. Macht natürlich Spaß, wobei der Gegner mit seinem Flugzeug dreht, ihr könnt ihm hier den ein oder anderen nervigen Torpedo um die Ohren jagen. Mal schauen, was er damit so anstellt. Ja, ansonsten nochmal der Aufruf, wenn ihr wollt, dass euer Replay hier gezeigt wird, einfach reinschicken. Wie das geht, steht unten in der Beschreibung. Einfach das Video hochladen. In der Beschreibung ist der Link und dann auf warshipsreplays.wg-news einsenden. So, wir haben gesehen, die erste Salbe, die war schon mal nix. Und jetzt gehen wir in die Live-Action, nämlich jetzt Richtung Warspite. Mal schauen, ob er da was rauspratzen kann. Da geht es auch kurz auf, aber ein einziger Treffer, allerdings mit keinem Schaden. Dementsprechend war es schon mal nix. Aber die Runde ist noch sehr, sehr frisch und da ist eine Hipper nicht allzu weit weg. 14 Kilometer ist für ein Schlachtschiff sehr gut machbar. Da schauen wir jetzt mal, ob da was möglich ist. Oh, 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 die Gegnerische North Carolina, tolle Distanz, schön seitlich. Das könnt ihr jetzt rumsen. Und so genauso ist es. Drei Zitadellen mit 41.920 Damage. Da wird der gegnerische Kapitän aber mal richtig kotzen. Weil sowas macht man so gar keinen Spaß, wenn die Runde nach nicht mal 4 Minuten eigentlich so gut wie beendet ist. Und wir wissen ja alle, dass eigentlich so eine richtige Warshipsrunde erst nach 2 Minuten überhaupt so mal anfängt. Also, hei, der Witzker. Das war mal ein Hit so richtig satt. Ja, und da hat er sich den vorgelegt und dann abgeschlossen mit dem Kill. Perfekt gemacht einfach. Torpedos auf Steuerbord. So, jetzt fehlen ihm gerade so ein bisschen die möglichen Ziele. Klar, die Hipper weiterhin beschießbar, aber halt einfach mit dem Winkel nicht so wirklich sexy. Aber in der Mangelung anderer Zieler wird er da wohl doch drauf schießen müssen sogar schon fast. So, da kommt jetzt schon die erste Staffel an. Aber wir sehen seine Flak leistet da schon Gas. Und auch die Tierpitz legt da vor vier, fünf Flugzeuge abschießen können. Und die nächste Staffel, habe ich gesagt, diese beiden Schiffe sollte man da nicht unterschätzen. Da geht einiges vom Gegner runter. Da konnte er ganze sechs Flugzeuge abschießen. Und alle Staffeln sind damit schon erledigt. Also, ob das so ein guter Angriff war von Seiten des gegnerischen Flugzeugträger-Kapitäns lasse ich mal dahingestellt. So, schöner 23.000-Hit auf die Warspite da jetzt. Aber er muss aufpassen. Tierpitz, North Carolina, Warspite alle sehr, sehr nah. Und die Ranger hat man da auch am Horizont gesehen. Die wird sich da auch verteidigen und natürlich möglichst die Gegnerschiffe nicht weit an sich ranlassen. Tierpitz bleibt hier sehr schön seitlich. Er fährt hier deutlich schräger, dass er eben nicht die Hitze bekommt. Aber auf die Tierpitz, da kann nochmal einiges gehen. Mal schauen, was die Salve jetzt so sagt. Komm gut, komm gut. Und auch da wieder 18.000 Schaden. Aber jetzt macht er einen kleinen Landgang. Der war nicht beabsichtigt. Aber klar, wenn man so viel Gegner um sich rum hat, da ist man einfach ein bisschen nervös, würde ich einfach mal sagen. Aber die Gegner schießen nicht auf ihn. Er wird jetzt hier nicht als Ziel großartig ausgemacht. Einer der Tierpitz-Torpedos hat getroffen. Die Gegner der Tierpitz hat ihren Torpedos auch auf die Tierpitz ausgesandt. Jetzt will er auf die Charmatel gehen. Nee, er bleibt auf der Tierpitz drauf. 10.000, 2.000 Hitpoints. Also das sollte er jetzt nicht gleich erledigt haben. Sehr gut. Den Hit gemacht. Und den Kill vielleicht ein bisschen abgestaubt. Aber ganz wichtig, dass er nochmal geschossen hat, bevor er die Gegner der Tierpitz nochmal auf seine schießen konnte. Denn wer weiß, wer weiß, ob dann sein Mate überlebt hätte. Deswegen alles richtig gemacht. So, da ist jetzt leider seine Tierpitz dann am Ende doch jetzt am untergehen durch die North Carolina. und er zieht sich ein bisschen zurück. Und er zieht sich ein bisschen zurück. noch ein Flugzeug abgeschossen, aber halb so wild. Und jetzt wird es da nochmal spannend, weil da sind doch die Gegner sehr, sehr nah. Die Hipper schlägt da schon die Torpedos ins Wasser. Vielleicht geht da was. Die gegnerische Mogami, äh, seine Mogami wartet da auch auf die Gegner. Auch da schon die Torpedos gefühlt schon am Loslegen. Aber wo bleibt der Gegner? Da kommt nix. Die zieren sich noch ein bisschen. Die Mogami da jetzt auch die Torpedos mal weggelassen. So, North Carolina seine Mogami da weggeholt. Und da kommt die gegnerische Hipper und die North Carolina kommen da jetzt beide rum. Und da sehen wir auch die Torpedos im Wasser. Da sollte doch irgendwas passieren. Die Hipper da jetzt sehr, sehr nah. Nicht mal sechs Kilometer. Und da ist natürlich seine Chance, da jetzt was loszulassen. Wir sehen, die Torpedos waren alle nicht wirklich gut. Aber die Hipper dann nochmal Torpedos gesetzt. Aber wiederum auch die Gegnerische hatte noch ihren Torpedos ready. Dementsprechend sozusagen haben sich die da egalisiert. Und weiterhin bleibt die Runde sehr spannend. Sein Team mit sechs Schiffen noch eins führend. Haben zwei Caps Gegner nur eins, aber liegen ticketmäßig noch hinten. Also da ist noch nichts irgendwo passiert oder hat sich entschieden. die Runde. So die Runde sie So und jetzt da die New Orleans, die muss doch rauszuholen sein Nicht viele Hitpoints, die Granaten kommen gut Aber leider nicht gut genug, denn immer noch 2200 Hitpoints stehen da auf dem Tacho Aber er hat ja jetzt noch welche Der hintere Turm sendet da nochmal 3 Granaten los Und der könnte es schon erledigen, aber nein, das gibt es noch nicht 1310 Hitpoints immer noch am Start und er bekommt seitlich einen D-Kenn-Hit Da hat die North Carolina aber mal ordentlich Hallo gesagt Also mit dem hat er glaube ich in dem Augenblick nichts wirklich gerechnet Jetzt bekommt ihr ein bisschen Rauch von der Fubuki, sehr nice, sehr schönes Teamplay So, nachgeladen hat er Und jetzt North Carolina, sollst ihr in den Kragen gehen Aber hier kommen wieder Flugzeuge an So, schieß doch Junge, schieß Ja, sehr schön Die fährt schön, die kommen gut Und da, sehr gut, die Revanche, 21.000 Damage Und wir sehen hier, wie gut die Flak auf dem Schiff funktioniert Also das ist schon einiges, was da runterzuholen ist Ist ja ein Schlachtschiff mit bekanntermaßen Besserer oder sehr guter Flak Und hier die gegnerische Ranger Die will hier abhauen Aber mit 12 Kilometer Distanz ist es eine sehr geile Situation Als Schlachtschiff, alle Granaten werden hier losgeschickt Und mal schauen, die kommen gefühlt ganz gut an Und da sehen wir, eine Zitadelle Mal richtig gut auch getroffen Großkaliber Legende der Meere hat er sich da gesichert Sehr nice Und langsam aber sicher Ist es da hier doch klar Wir sehen, jetzt hat der Gegner nur noch 22.000 Hitpoints Also gut die Hälfte weggemacht Und wir sehen jetzt eben Der Gegner nur noch mit drei Schiffen am Start Also das hat sich jetzt hier schon In den letzten Sekunden nochmal ordentlich gedreht Und mit derselbe dürfte es eigentlich auch schon zu Ende gehen Für die Ranger Aber nein, diesmal nur 7.800 Damage gemacht Auch hier die Flak wieder am Start Auch da sofort wieder ein Flugzeug runtergeholt Also langsam aber sicher Sollte der Gegner merken Mit der Flak ist hier mal nicht zu Spaß Selbst überfliegen ist einfach nicht drin Hat damit jetzt 21 Flugzeuge auch vom Himmel geholt So, die North Carolina hat jetzt die Fubuki da weggemacht Sozusagen da der Anschlusstreffer Aber jetzt hat er gleich wieder nachgeladen Die North Carolina Ist da auch so gefühlt wirklich perfekt Von der Fahrtrichtung her Also auch da könnte es jetzt gleich schon Ja, erledigt sein Genauso ist es Perfekt Dritter Kill 172.000 Damage So, und da ist auch die Ranger Was hat der Gegner noch? Eine Kagero Die zuletzt irgendwo bei dem A-Cap war Aber wohl schon lange nicht mehr gesehen worden ist Aber die Ranger dürfte es sich gleich erledigt haben Ja, und genau so ist es Da ist die Zitadelle Der vierte Kill Und 186.604 Schaden Und sie holen sich jetzt auch noch den letzten Cap Also das Thema ist so gut wie erledigt Und ganz ehrlich, ich kann euch verraten Hier passiert nicht mehr viel Die Runde dauert zwar noch eine Minute Aber das gehen wir mal im Schnelldurchlauf ab Ich hoffe, euch hat die Runde hier gefallen Auf jeden Fall ein sehr geiles Schiff Und er hat hier einfach teilweise perfekt die Ziele rausgeholt Wir sehen Kagero jetzt auf der A-Linie zuletzt Aber die haut natürlich ab Die weiß selbst, da passiert nichts mehr Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ihr hattet sehr, sehr viel Spaß Wir sehen, die Tickets, die laufen unwillkürlich ab Und dementsprechend sage ich alles Gute Bis zum nächsten Mal Euer Alcaramba Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal